Die Kommunikationsfähigkeit, die ist entscheidend für den beruflichen Erfolg. Denn egal, ob Sie präsentieren oder argumentieren, Verhandlungen führen, Mitarbeiter leiten oder ob Sie in der Öffentlichkeit stehen, immer ist es ausschlaggebend, wie Sie dabei kommunizieren. Denn Ihre Botschaften und Argumente, die können nur gehört und angenommen werden, wenn sie verständlich und überzeugend rübergebracht werden. Denn sonst schaltet Ihr Gegenüber automatisch ab. Und das, was Sie sagen wollen, das kommt nicht an. Ihre Botschaft wird nicht gehört, wichtige Inhalte gehen verloren. Und deshalb lohnt es sich, rhetorische Grundlagen zu kennen und ganz bewusst anzuwenden, um sich damit dann die volle Aufmerksamkeit der anderen zu sichern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017